Hallo und herzlich willkommen zum ETS 2 Konvoi-Gedöns-Fahrt-Blag und so immer mit immer mehr Leuten ich wurde dazu gezwungen ich wurde dazu gezwungen ich wurde dazu ich fahre jetzt nach dort und mein zeug nach düsseldorf ja ich fahre nach düsseldorf sollten ich fahre nach köln ich muss köln meine dinge zu holen wir fahren ja mal schnell meine wir fahren ja von dortmund beziehungsweise düsseldorf geht zurück Richtung köln dann kommen wir uns ja da am autobahnkreuz treffen ja gut das geht auch wer ist mit wer bleibt mit mir in köln noch ich bin noch in köln du holst auch in köln ab ich hole jetzt auch in köln ab ja und wer noch ich hole auch in köln damit fängt es wieder an ich mach doch gar nix nein einfach kurz entgegen mal keine frau ich hab hier lila innenbeleuchtung in meinem lkw nur voll machst du jetzt den puff auf ja ja nein ich kenne euch bei mir wieder an das ist äh das sieht doch schön aus liegt halt daran nennst du dieses komisches hallo was soll denn das da hinten hallo ja so jetzt erstmal auch mal hier mal entkomme ich euch nicht mehr hinterher ihr könnt ihr schon mal fahren du spacko ey ja ihr müsst ihr schon äh du musst ja schon Motor einbauen und zum krams ne da sind die 60 680 ps drin ich hab den sprachchat bewusst ausgeschaltet die leute labern hier so viel müll ja dann aber endlich aber ich weiß was meine idee oder 6 ich hab die glaube ich ein bisschen abgedrängt nein gar nicht ich wollte das nicht ja jetzt bremst du bremst du mal lieber nicht bremst du mal lieber nicht ah da ist der wo ist meine fracht wo ist meine fracht also der kurva hat mich ordentlich rausgetragen würde ich nicht was sagen also irgendjemand also ich dachte ich würde schon wieder gelogen also ich würde schon wieder gelogen Andi ich warte vor der Zauber auf dich gut weil hier ist so viel los hier siehst du nicht wo du hin musst weil wir gut oh David wir treffen uns in Köln oh Gott okay wir haben eins wir haben hier eins wir treffen uns in Köln wir treffen uns in Köln Nummer eins mit David David freut du dich auch so toll im Counter ab ich glaub ich glaub ich glaub ich glaub ich glaub ich bauen einen Counter ein oder schreibt das wenigstens in die Videobeschreibung schon wieder jemand umgefallen ja der wollte mit 140 abbiegen ja das ist schlecht und Düsseldorf ich genau ich muss nach Düsseldorf Düsseldorf ich bin in Düsseldorf äh auf dem Autobahnkreuz von der A4 unter Köln ich komme Nick oh Moment äh was wo muss ich jetzt mal geboren der Autobahnkreuz auf der A4 unter Köln dort wo man auf die Autobahn quasi drauf fährt ja ja jetzt bin ich für einen einfach schon wieder der Idiot aber er zu doof ist mal von mitten sein LKW von der Straße runter zu bewegen mein Gott Junge recht ist ja Spendal warte fährt einfach los das ist Wahnsinn ich warte vor der Firma auf dich ich warte vor der Firma auf dich äh ich warte vor dem frühen Gelände auf jeden Mal das fährt der weg ja so warte mal hier nehm hier die äh muss ich erst kurz an die Bergstadt so ich muss jetzt erstmal gucken oh man äh so Autobahnkreuz ich bin da alles gut also Chris, Tarek, David wartet ihr hier kurz weil dann ja wir warten wer ist denn jetzt wer ist denn jetzt in Düsseldorf ja ich muss auch das extra nicht ich ich rückwärts fahren ich rückwärts fahren ich rückwärts fahren und äh Tarek und äh wer ist noch in Duisburg irgendwie servus grüßi in Düsseldorf sind äh Tarek, David, Chris und ich komm wir fahren mal zur Autobahn ok dann wartet wartet ihr noch Alter welcher schwach Mart ist denn da jetzt ahhh ne ich dachte wir treffen uns am Autobahnkreuz bei Köln da irgendwo ja gut stimmt können wir auch machen so und wo ist jetzt hier die Werkstatt ich kann mich auch nochmal reparieren ach so die ist ganz hinten durch und dann rechts über Thorsten heißt Lasse alter los lala ach da drüben ist der David hallo muss eben nochmal schnell einen fraschen Stopp an der Werkstatt einlegen oh guck mal da ist er nach fraschen Streit ein fraschen Stopp hab ich guck mal da ist er nach fraschen Streit super ah ich hab den Gerd gefunden Leute Hauptsache ich darf in die andere Richtung fahren Tarek ja Moment ich muss hier sowieso äh ich muss in die Werkstatt reparatieren ja ach so oh hier steht hier steht ein rosaner LKW ja ein rosaner Iveco also ne doch alter wo steht er hier jetzt steht er da wo man quasi von der Landstraße auf die Autobahn fährt ich hole jetzt meine Fracht ab hashtag darf er das Hochbahnhof wir stehen auf der auf der oder wir fahren jetzt zur Autobahn ok dann setz ich mir mal eben schnell ein Punkt also da wo man von von Köln aus auf die Autobahn hochfährt auf der RT ist das ja da ach da ja da muss ich ach so ok dann muss ich auch mal losfahren ne gar nicht mitgekristallern losgefahren seid wo sind die anderen sind die alle bei der Werkstatt ja also ich bin hier äh ja ich stehe hinterher noch bei der Firma ah du stehst hinter mir ok dann können wir ja mal vielleicht vorfahren ich bin die Gunde wir fahren jetzt mal hier grad aus wenn wir das können wo haben wir den an der E gelassen ich weiß nicht ich sehe euch und nicht mehr ja hör mal wo stehst du denn was denn soll ich schon mal Richtung A4 fahren ja ich fahr mal Richtung A4 vielleicht treffen wir uns ja mal wieder ja wir warten mal auf der Autobahn auffahrt dort auf den Seitenstreifen oder so auf den Rest also auf der auf hier selber oder was ja genau auf den Streifen David ja ja was denn im Schleichnase da ist Gundula Gause wir brechen jetzt Richtung Köln auf ja warte doch darf ich vielleicht mal einkommen ja ich bin Gundula Gause da ist Gerd ich hab Gerd gefunden ja ja gut du bist Gundula Gause ach du bist Gundula Gause ja also wir treffen uns nach Autobahn Kreuz A4 da muss ich wo ist Kleber ja der ist letzte Woche gefahren Alter Frau Gause der Steuer wer will denn jetzt noch bei uns bleibt ja alles in der Familie da darf ich ja dann vielleicht noch 10 Sekunden dann bin ich da ja muss heiz hin du heiz aus ja heiz aus 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 ich hab in ich hab in Dortmund jetzt Ladung aufgenommen bin jetzt auf dem Weg nach Köln vorsichtig stehen so der Bürgermeister von dem Ort heißt dann David Hamburger oder so ja ich weiß auch nicht warum man hier nebeneinander stehen muss auf einer Landstraße aber jetzt fahrt ihr da lang ich glaub's nicht ja wir müssen da lang und der Typ funktioniert jetzt hier auf der Kreuzung rum oder was sag mal Gerd wo blinkst denn du schon ja ich fahr ja vielleicht rechts ran wenn er nicht kommt ja ich fahr ja im Zimmer im Kreis kann ja nicht sein ja gut fahr mal vorne ja gut fahr jetzt ran wird die heizen ok heizen da war ein orangenes Licht das sich nicht gut so fein das sich geht ich hab 20 Tonnen Alfa Ich komme jetzt auf die 80 so langsam. Ja, ich fahr 20 Tonnen Orange. Wie viel? Wo? Wo? Wie viel hast du? Ja, irgendwie rechts auf der Seite. Moment. Rechts auf den Seitenstreifen. Einfach mit Warnklickanlage. 16 Tonnen Desinfektionsmittel. Ja, das kannst du auch gut gebrauchen. Nick, was hast du? 16 Tonnen Pläumen habe ich. Ich kann es gar nicht lesen. Ja, und Nick fährt unter anderem auch feuchte Pflaumen. Ich fahr auf jeden Fall wieder einen Container. Alter, warum stehen die alle hier? Brautkleid und... Brautkleid und... Ja, Brautkleid und... Also ich hab hier 4 Tonnen Lüftungsschacht. Kann man das essen? Ja, das ist... Das ist eigentlich nur so ein quadratischer Karton. Nee, das sind zwei Kartons. Wie viel? Ohohohoho. Jetzt hatte ich grad Angst. Man merkt, dass ich im Multiplayer auch Fahrer fahren lasse. Ah, na, die, äh, Seeker-Tipp. Also, genau. Mein MN hat 1,5 Millionen Kilometer drauf. Ja, meiner hier irgendwie 384.000. Ich bin aber auch gleich... Gerade, glaub ich, erst spät an der Mitte. Ich bin gerade in einem anderen Konvoi... Ich bin gerade bei... Ungewollt bei einem anderen Konvoi mit eingereiht worden. Hahaha. Nee, ich... Wenn du... Wenn ich bremse, dann sind wir so bremsig da. Ja, brems doch nicht so plötzlich. Ich brems nicht plötzlich! Ich hab schon seit einer halben Stunde gebremst. Bullshit. Warum konnte ich denn damit vollbremsen? Sie haben gerade ein bisschen komisch reagiert, als ich einfach angefangen will. Weil du halben Kilometer entfernt warst. Ich find's interessant, dass ich nur blaue Punkte habe. Ja, aber dann bist du dann jetzt schon wieder hier. Nick Tebbins. Also, der Nick, der müsste grün sein. Ich würd sagen, wir setzen uns jetzt hier mal auf die Leitplanke und essen was. Weil das kann, glaub ich, noch ne Weile dauern. Das war knapp, Junge. Nö, wir fahren jetzt. Ja. Also, wir fahren jetzt auf die Außenbahn. Der sieht, dass ich... Der sieht, dass ich von rechts komme und heizt voll durch. Der ist so knapp an mir vorbeigeschossen. Das ist interessant, dass meine Freunde nicht erkannt werden. Scheiß Spiel. Chris, kann das sein? Aaaaah. Mann! Kann das sein, das was? Ja, super! Alter! Was macht ihr denn? Wie wär's, wenn du mal Feuer gibst da vorne? Was kann ich denn dafür, wenn Feuer, wenn Feuer der verdammt hat? Wenn Feuer der verdammt hat, ey. Elf Prozent, super. Das wird ein Konvoi. Oh, ja. Super. Einfach am nächsten Mal, äh... Was ist denn mit mir nicht? Schon wieder gebremst. Danke, wieder drauf, 13. Alter! Ich sehe, dass vielleicht grüne Punkte kommen. Oh, mir hat jemand Hallo zurückgeschrieben. Sag mal, geht das jetzt auch noch mal weiter hier irgendwie? Ja, ich hab, ich hab Franz Obst in der Liste. Ja, Tarek bleibt in der Oma mitten auf der Autobahnaufwand. Ja, grüne Punkte! Ja, grüne Punkte! Ei, 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 ei. Jetzt kommt irgendein grüner Punkt. Jawoll! Ja, 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 ich schreit. Drei Stück haben wir jetzt. Meine Herren, du. Boah, die Treppen sind bei der Karre greifen überhaupt nicht. Wo fahren wir denn jetzt als erstes hin? Das ist schrecklich. Jetzt halten die hier an, ich glaube nicht. Wir treppen uns jetzt erstmal in Köln. Ich bin auch gleich da. Genau. Dann müssen wir mal eruieren, wo wir hinfahren. Auf dem Autobahn. So, mal aufpassen hier, dritte Spur ist dicht. Genau. Ich sag mal, wir stehen alle ordentlich hintereinander, außer einer. Naja, geht so. Ja, der ist auch besonders. Besonders dämlich? Ja, unser Schluss ist vor allem gut. Ist der... Nick, du wolltest dir schon dreimal was sagen. Wegen meinem LKW vermutlich. Was ist der mit meinem LKW? Ja, kann es sein, dass der ein bisschen wenig Power hat. Nee, im Wüßchen. Ich bin eigentlich hier der schwachfristige... Welches Level bist du denn? So, ich fahre mal halbwegs anständig. Wer hat welches Level bist du? Äh, 14? Ja, da bist du sogar weiter als ich. Ich bin 11. Okay. Gib mal Zeit, dass du älter wirst. Ja, äh, Routenplanung. Genau, Routenplanung. Wo geht's den Leute? Gib mal Info. Ich glaube, ich bin mit Dijon der Erste. Ja. Wo musst du hin in Dijon? Wie heißt die Firma? Dijon? Also, wie heißt die... Wie heißt die Firma? Einfach nur der Name. Wir finden dich schon. Äh, E-A-Cris. Ah, ja. D-A-Cris. Ah, da. Ah, da ist Dijon. Okay. Dann machen wir, glaube ich, weiter mit Gollfech für Gerd. Kann das sein? Äh, ich bin ganz unten Gollfech. Äh, ich glaub, äh, musste ich irgendwer nach Lyon? Stimmt. Wer musste denn nach Lyon? Wer muss nach Lyon? Wer muss nach Lyon? Wer muss nach Lyon? Lyon, bitte kommen. Kasse 2. Also, ich muss nach Schwabe, der mir das reinzieht. Okay, niemand muss nach Lyon. David und ich müssen... nach Marseille. Okay, aber ich muss nach Chivaux. Ähm. Stimmt nach Chivaux. Also, ich muss... Ja, ne. Hä? Doch, klar. Chivaux ist viel weiter oben. Ja, das ist Chivaux. Westlich, westlich von Lyon. Macht doch überhaupt keinen Sinn darüber. Äh, wo ist denn hier Chivaux? Warum wollt ihr zuerst nach Chivaux? Chivaux? Also, ich muss nach Chivaux. Also, ich muss nach Chivaux. Also, ich würde jetzt sagen, äh, Dijon, Chivaux. Dann, äh, runter Richtung Chivaux. Und dann unten lang. Äh, dann lasse ich doch, ähm... Ich würde jetzt eher nach Chivaux. Ganz Kollege, du brauchst mich nicht drauf. Ja, ja. Ganz wollte ich gerade sagen. Am meisten sind. Ja. Wo haben wir denn Dijon auf der Karte? Das ist ja hier wieder nichts. Äh, weil in der Nähe von Zürich nach Zürich nach links rüber. So, irgendwer musste doch nach Montpellier. Wer war das? Ich muss nach Montpellier. Okay, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir erst nach Marseille fahren. Ja, macht das auch. Wer, wer muss nach Marseille? Stimmt, Marseille muss ja auch. Wer muss nach Marseille? Stimmt, Marseille muss ja auch. Wo, wer muss nach Marseille? Äh, ich muss zu, ich muss zu Villnet transporten. Achso, äh, nach Villnet transporten. In Marseille. Ich muss zu... Villnet auch, ja. Ich hab nämlich da abgeholt, wo du auch gerade. In, in Marseille, ja. In Marseille. Auf der, auf der, auf der französischen Karte. Cool, wir machen Doppel, hier, äh, Doppelfracht. Marseille, und dann fahren wir zu mir nach Montpellier. Dann fahren wir nach Marseille und dann nach Montpellier. Also jetzt erstmal nach Dujon. Welche Firma Montpellier? Dann? Äh... Globus. Lyon, Marseille, Montpellier? Ja. Erst Marseille und dann Montpellier. Ja. Also, also von Dujon rüber nach Marseille. Ja, runter besser. Runter. Runter nach Marseille, dann rüber... Nach Montpellier. Nach Montpellier und dann zu mir nach Toulouse. Genau. Ja. Ich bin nämlich auch unter Luz. Dann nach... Dann nach... Dann nach... Dann nach... Dann nach... Dann nach Chivo. Genau. Musste nicht jemand noch nach Golfech? Ja, ich muss nach Golfech. Und dann nach Chivo. Bei... Zwei Leute, die Nuklearkraftwerk heute... Dann Toulouse, Golfech, Chivo. Okay. Ja, Chivo. Ja. Jetzt möchten wir aber echt mal irgendwie die 100 oder 110 reinhauen. Jetzt könnten wir aber mal losfahren. Oh ja. Jetzt wird das echt knapp. Das ist ne riesige Tour jetzt. Ich fahr in der Mitte.